Uniklinik Frankfurt, aufwachen, mitmachen. Wir wollen den Entlastungstarif am Klinikum. Entlastung sorgt für eine bessere Qualität für die Patienten in der Uniklinik, da dadurch die Leistungen entsprechend gewürdigt werden. Ich möchte nicht, dass du zwei Stunden auf dein Röntgenbild wartest und dann noch mal zwei Stunden, bis ich dich auf deine Station zurückbringe. Die psychisch erkrankten Menschen in dieser Stadt verdienen eine exzellente psychiatrische Pflege. Das funktioniert aber nur, wenn die Pflegenden auch gute und würdige Arbeitsbedingungen haben. Wir alle wollen unsere Patienten in der Radiologie adäquat untersuchen. Dafür brauchen wir mehr Personal. Das möchte uns der Arbeitgeber nicht geben. Ich gehe strecken, weil ich keinen Dienst mehr durcharbeiten möchte, ohne aufatmen zu können. Außerdem haben meine Kollegen eine bessere Anerkennung verdient. Gute psychiatrische Pflege braucht Geduld und Empathie. Dafür braucht es aber auch Personal. Viel mehr Personal, als wir jetzt haben. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle streiken gehen. Lass uns auf die Straße gehen für ausreichend Personal. Dafür streike ich. Für eine bessere Patientenversorgung, für eine gute Aus- und Fortbildung, für Qualitätssicherung. Wir haben gestreikt und wir wollen auch noch mal streiken und wir sollten. Solidarisiere dich mit uns, denn jeder von uns kann irgendwann einmal zu einem Patient werden. Und es wäre gut, wenn jeder Einzelne sich selbst und andere motiviert mitzumachen. Für uns ist klar, mehr von uns ist besser für alle. Wer von uns ist besser für alle. Wer von uns ist besser für alle. Streiken. Streiken. Mitmachen. Was ist besser für alle. Schlag und